Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RobinsFinanzBild. Heute habe ich mal eine relativ neue Aktie für euch dabei. Die Aktie selber ist natürlich nicht neu, aber ich habe sie hier neu auf meinem Kanal mit dabei. Und zwar geht es mir heute um Nvidia. Ja, sie sind ja wirklich sehr, sehr stark. Hier kamen auch erst Zahlen raus. Ich möchte auf die wichtigsten Daten eingehen zu Nvidia. Und wir schauen uns natürlich hier den Wachstumscheck wie gewohnt an. Dann so ein bisschen die aktuellen Nachrichten. Und dann gehen wir natürlich auf den Jahreschart zusammen ein. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst euch jetzt gerne schon mal ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier direkt. Und zwar eben hier mit dem Wachstumscheck. Hier haben wir 14 von 15 Punkte. Also da räumt Nvidia richtig stark ab. Und was ich hier sehr, sehr schön finde, wir haben sogar das Jahr 2021 hier schon mit drauf. Was normalerweise unüblich ist, weil man eigentlich ja sonst die vergangenen Werte sieht. Und da haben wir jetzt hier, sieht man, eine richtig deutliche Umsatzsteigerung. Wir haben hier eine Umsatzwachstum von über 63 Prozent. Und im Durchschnitt auf die letzten zwei Jahre von über 19,3 Prozent. Allein im Quartal gegenüber dem Vorjahr ist man über 83 Prozent gewachsen. Auch das sehr, sehr stark. Und wenn man sich mal die Performance anschauen, kann die sich mehr als sehen lassen. Und auch wenn wir uns den Chart hier anschauen, werden wir mal gucken. Von 2013 kommen wir von knapp 11 Euro her. Das heißt, in acht Jahren, ja, für 50, für 60-fach und knapp, ist das wirklich richtig, richtig stark. Wir haben hier eine Performance auf die letzten drei Monate auch von 22 Prozent. Und der Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zur 200-Tage-Linie, der ist hier auch gegeben mit knappe 20 Prozent. Natürlich ist hier auch Geld vorhanden. Somit ist auch die Kapitalaufnahmefähigkeit bei Nvidia sehr, sehr stark. Die liegt hier bei 52,35. Und wir können jetzt auch gerne mal hier den Qualitätscheck anschauen. Auch den finde ich mega stark. 15 von 15 Punkten. Wir haben eine Eigenkapitalrendite von 35 Prozent. Eine Nettogewinnmarge von knapp 29. Und auch die Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt bei starken 27 Prozent. Also man braucht hier, glaube ich, nicht darüber sprechen, wie stark hier die Zahlen sind. Und dazu habe ich dann auch gleich aktuellere Infos für euch dabei. Natürlich kann man jetzt sagen, hier das Kursumsatzverhältnis von 24 oder das KGV von 92 ist gigantisch hoch. Wobei ich ein Kursumsatzverhältnis hier von 24 bei so einem Wachstumstitel gar nicht so schlimm finde. Weil wenn man mit solchen Wachstumsraten hier weiter steigt, dann holt sich dieses Kursumsatzverhältnis ganz, ganz schnell ein. Und das werden wir hier eben sehen. Wir haben natürlich eine riesen Marktkapitalisierung von bereits 404 Milliarden US-Dollar. Ist natürlich hier schon ein gewisses Schiff, kann man sagen. Und wir haben hier aber einen Umsatz, wenn wir das schauen, von 16,68 Milliarden. Und wenn wir davon ausgehen, dass man wieder 52 Prozent wächst, dann kommen hier nochmal satte 8 Milliarden obendrauf. Sodass wir Ende des Jahres irgendwo bei 24, 25 Milliarden stehen. Und dann wird auch das Kursumsatzverhältnis schon deutlich anders. Ja und hier ist es auch so, Nvidia feiert hier im ersten Quartal neue Rekorde. Also ganz, ganz stark. Trotzdem ist die Aktie irgendwie nicht so ganz aus dem Knick gekommen. Hat auch damit zu tun, dass natürlich schon davon ausgegangen wurde, dass man die Analystenerwartungen übertrifft. Und wenn es da nicht deutlich darüber liegt, noch über diesen Erwartungen, dann kommt es zumindest im kurzfristigen Bereich am Markt trotzdem nicht gut an. Langfristig gesehen ist das natürlich mega stark. Und wir schauen uns an, was hier passiert ist. Genau, also Nvidia erzielt hier im ersten Quartal einen Umsatzwachstum von 84 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar und hat damit die Erwartungen von 5,47 Milliarden Dollar übertroffen. Und beim Gewinn je Aktie von 3,66 Dollar lag man auch über den Schätzungen, die lagen ungefähr bei 3,33. Das erste Quartal waren hier wirklich Rekorde über Rekorde. Die Gaming-Sparte ist hier um 106 Prozent auf 2,76 Milliarden Dollar gewachsen und die Data Center-Sparte legt in 79 Prozent zu. Man hat hier wirklich ein richtig fantastisches Quartal und beeindruckend ist auch die Prognose für das zweite Geschäftsquartal. Da traut man sich hier einen Umsatz von 6,3 Milliarden Dollar plus 2 Prozent Minus zu und das würde einen Zuwachs von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen. Analysten rechnen hier nur mit 5,61. Wenn man wirklich die 6,3 schaffen sollte, dann kann es hier vielleicht auch den Kurs wieder ein bisschen beflügeln. Allerdings muss man jetzt aufpassen, jetzt erwartet man die 6,3. Somit sollte man wieder vielleicht im besten Fall über diesem Wert liegen, damit man hier positive Reaktionen auch sieht. Die prognostizierte Bruttomarge von 66,5 Prozent, die liegt ebenfalls über den Schätzungen. Also sehr, sehr stark. Und die Zahlen lassen wirklich nichts zu wünschen übrig. Wie gesagt, die Aktie hat ja verhalten reagiert, aber das macht nichts. Trotz alledem sehe ich Nvidia für die Zukunft sehr, sehr stark. Ich hatte ja auch hier vor kurzem mal, hat jemand in die Kommentare auch geschrieben, dass Nvidia ja ein sehr, sehr starkes Invest ist. Auf jeden Fall bin ich ganz der Meinung. Natürlich sehe ich aber hier nicht mehr ganz so große Wachstumsfantasien wie bei kleineren Titeln, weil einfach die Marktkapitalisierung schon gigantisch hoch ist. Aber dennoch ist hier noch viel, viel Wachstumspotenzial vorhanden. Und deswegen habe ich es heute auch hier mit in meine Reihe aufgenommen. Wir stehen hier bei 531 Euro knapp, ein kleines Minus von 0,02 Prozent. Und was sehr, sehr positiv zu werten ist, wir stehen hier eigentlich trotzdem kurz vorm nächsten Allzeithoch wieder. Und deswegen ist es auch momentan ein sehr, sehr starker Widerstand. Und die Aktie ist nicht weiter nach oben gegangen. Wir sind hier auch über der 50- und über der 200-Tage-Linie, was sehr, sehr wichtig ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Chart auf ein Jahr gesehen. Wie gesagt, knapp über 80 Prozent. Und ja, auf jeden Fall mega stark für die Zukunft aufgestellt. Ich glaube natürlich an Nvidia, sie sind sehr, sehr stark und breit aufgestellt, auch für die Zukunft und haben natürlich gigantisches Wachstum. Ja, schreibt mir gerne unten mal die Kommentare, ob ihr persönlich Nvidia im Depot habt, was ihr zu Nvidia sagt und wo ihr glaubt, dass sie in Zukunft stehen könnten. Und wenn euch mal wieder mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne mal ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es zu meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.